Alter, ich mach euch fertig. Oh mein Gott. Oh oh. Ich bin so schlecht in Unumern. So. Lass mal deine Karten gucken. Das spielt halt auch jeder mit anderen Regeln das Spiel. Echt, damit starten wir mit einem Reversal. Das heißt, es geht direkt in die andere Richtung. Ja, also... Du bist Beta, ne? Naja, eigentlich darf man noch liegen und dann bist du... Okay. Ordnung. Ja, ist okay. Ich gebe deinen Kaffee machen. Ach Domme, ich hasse dich dafür. Zurecht, Alter. Warum hast du sowas? Aber ich sag mal... Oh. Ähm... Ist doch mit dran, okay. Ich hasse dich dann. Geh aus meinen Karten! Was? Ah, ich bin... okay. Sehr schön, sehr schön. Schade, ich hab nicht noch mal einen Blocker. Kennt dieser Mann Taktik. Oh, da nehmt er die Karte und er wechselt die Farbe. Das ist unglaublich, was hier passiert. Wie geil er das macht. Oh, ey. Hallo, Kling. Alter, wie krumm ist eigentlich deine Karte, Mann. So krumm wie Murphys AK-Lauf. Oh ja. Das sind Dinge, die ich gehört habe. Ja. Im Darknet. Wenn nix reingeht. Wenn nix reingeht, ist kein guter Dienstag. What the fuck. Oh. Oh. Ich hab ihn auf UNO gekocht. Ja. Ja. Auf UNO geflickt. Oh, come on. Auf UNO geflickt, Mann. Mh. Bala. Alco. Fert macht dir mal einen Kaffee. Finde ich jetzt nicht in Ordnung von euch, Mann. Das finde ich jetzt auch nicht in Ordnung, was hier präsentiert wird, Mann. Ja, ich auch nicht. Alter. Ich finde es immer noch nicht gut. Alco, dein scheiß Mauszeiger verwirrt mich. Ist mir leid. Ich streiche lange Taten. Ich streiche lange Taten. Alles gut. Mach dir keine Sorgen. Die sind sicher bei mir. Und was? Jetzt hat er 8. Jetzt legst du die 8. Und du die 1. Oh. 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 Wie plötzlich die Fahrt aus dem Spiel ist, Mann. Oh. Ich schlafe nicht. Wir sind halt schön hintereinander. Hier mit einem blauen Einsern, Mann. Ah. Sehr gut. Blauen Vierers. Jetzt kommt der mit Dingen, Alter. So, warte. Ich bin dran. Oh, ich bin wieder dran. Oh. Ja. Komm doch mal. 2-10. Schön. Schön. Machst es doch mal. Fein. Der Klassiker. Pat, pat, pat. Oh. Hat er. Hat er. Hat er. Hat er. Ich nicht. Nee, hat er nicht. Also doch du. Du hast eine Karte mehr, jetzt. Klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch, klatsch. Klatsch, 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 klatsch. Beziehungsweise bei dem Spiel klatsch auf Flip. Dommer. Bin ich? Ja. Dann sagt es mir doch. Hab ich doch. Warte mal. Bist du oder ich? Wir haben jetzt wieder im Uhrzeigersinn gerade. Also ich bin nach Dommer. Ah, dann bin ich jetzt dran. Jetzt bist du dran. Okay. Wäre peinlich werden können, hättest du eine andere Farbe gelegt. Dommer. Ja, du bist. Ja, ich muss deine Karte streichen. Hey. Jetzt wird man nicht fassi hier. Ich bin gut. Was für Gött, Alter. Ich bin gleich Gött. Zeig gleich ein Gött hier. Ne, was war die Karten, Jung. Guck gleich. Sehr schön. Bordern, bock. Hast du auch geunot? Ja, er hat geunot. Das ist halt die Schlimme. Bruno. Welche Farbe ist es? Wie war die Farbe, ist es gelb? Wir können das auch so mit der Regel machen, dass man so lange ziehen muss, bis man legen kann. Dann wird es witzig. Oh Gott. Ja, können wir auch machen. Können wir auch machen. Und... Rieset. Ey! Das Spiel ist beendet. Wohin ist der Tisch geflogen? Wow. Jetzt kannst du das kriptieren. Mann. Was? Ah. So. So, das heißt... So lange zählt, bis man legen kann, dann? Genau. Aber dann darf man auch legen. Dann entweder du darfst legen, oder wenn du nicht legen willst, du nicht legen willst. Naja, aber wenn du jetzt nicht legen kannst, da hast du gesagt, die Regel so lange Karten ziehen, bis du dann kannst, aber dann musst du ja auch in der Runde noch legen dürfen. Dann danach. Genau, dann darfst du auch legen. Ja gut, alles gut. Also wenn die nächste Karte gleich was ist, was du legen kannst, dann kannst du da gleich drauflegen. Ja, passt. Und los, nochmal. Go! Womst du eigentlich immer eher anfangen? Wir können auch mal jetzt machen, dass du anfängst jetzt. Nein, nein, nein. Lass ihn anfangen. Okay. Oh, ich gewinne einfach. Oh, what? Seriously? Seriously? No. Seriously? No. Oh, yo, yo. Mm. Oh, señor. Señor alkohólico. Äh, ich muss... Hallo? Was? Oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Ich hab's verfeilt. Ja, ja. Neue Regel. So. Tja, gut, dass es eine 7 war. Sehr gut. Wie hast du dich, Dumme? So. Wer zwei ziehen, zählt das natürlich nicht. Ja, das heißt, ich bin jetzt dran, oder wie? Ja, genau. Verwirrung macht sich breit. Achtung. Oh, der kommt doch mit der Eins. Mit der Eins kommt der. Die Eins kommt. Da, nein. Oh. Oha. Oha. Zehn. No, no. Das war zu spät, Dumme. Ja, ich konnte ja nicht. Du hast ja direkt gelegt. Tja. ich bin die so bitte deine flicks müssen zwei karten zu spät doch ich habe gezogen dann ist damit wieder ich habe gezogen bis ich konnte eine wackelarm freundin mal ist das meine freundin wenn du möchtest die hat sogar haare das wir bedecken sie natürlich die ich bin das auch nicht dagegen was wollte er was die vorwegung die voraus blau 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 damit du bist hallo ist das stift abwählen vielleicht ja da muss man die die richtung wechseln damit ja ich muss ein auto malen so ähm grün oh aller geworfen mann so geflick ich meine karten auf den tisch das hier lossehen hallo 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 ja leg doch achso oh man es geht nicht es geht nicht immer ja okay ich verstehe es ja schon hier kannst du auch mal probieren okay cool ich habe noch keine ist es behindert warum es behindert weil du nicht kannst du kannst auch keine arbeit ich habe keine warum tust du so was mit mir jetzt muss ich den alkohol reindrücken ich weiß ich bin ja blau ist gut jetzt nimmst du meine auszeit das das wird man mhm rache für alkohol sie kennen plus 2 oder plus 4 ich dachte eigentlich immer dass man plus 2 nur plus plus 2 irgendwie je nachdem was man für regelt also uno hat ja so viele millionen regeln ja ja haufen regeln nein sehr schön oh mir du bist hey oh danke ah nee ah anfänger voll im flow der trifft ne oh ja ja der trifft nicht du hast völlig recht nein alko nix da das ist neun ähm fuck ich haffe dich nein 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 ich will es gelb sehen ich will es gelb sehen das gelb in deinen Augen man wobei das nicht gesund habe ich zum Arzt gehen es liegt an deinem Leben ach so ja ich könnte auch mal sagen grün das lustige ist halt ich habe nicht mal die meisten Karten ja ich will gar nicht genau wissen das ist gut hab es ist nicht mehr so viele entdecken jetzt fangen wir gleich oh danke hier geht's ab alter in einer geschwindigkeit wechseln wir auf gelb oh was war das denn für ein fehler aber es hat eigentlich auch bis kurz genau gesehen man weil wir die wie die Schwierregeln wechseln muss hallo grün hab ich doch gesagt grün nee ich hätte gern gelb ey wie viele hat er davon grün alle gezogen grün ja grün lacker rot danke halb halt lass mal die rote darin wir nehmen jetzt den so warte ich glaube hier ok warum schwebt da rechts eine Karte ja kann ich ja jetzt kommt der Shaker ja der Shaker man gibt ihm was ist mit der Karte da rechts hallo keine ahnung was sind es für Karten wem gönn die das war deine Karte alter sind sie aus dem Ärmel gefallen Alko muss ich muss ich muss ich eine Waffe auf den Tisch malen um sie zu drohen ich hab keine Ahnung wer die Karte da eingelegt hat ich nicht siehst du das es sieht so aus wenn ich die Frau erschießen würde das was nichts da so wer ist dran du hast gerade gelegt ne ich hab gelegt ja 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 natürlich peng ist ganz wichtig ja ok kann ich damit auch schon drohen oh shit man das ist ein richtiger Vorrat an Karten soll es ja 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 Alko ist die Bank also es ist rot ich dachte schon äh welche Farbe gelb ah ich siehs unten ich hasse dich grün 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 gezogen gleich es gibt's noch nicht ha fick dich doch oh aber jetzt siehste das ist mega nett weil ich keine gelbe hab ja ja denk nur an dich dass du mehr Karten hast oh du weißt ja wer die meisten Karten hat gewinnt richtig richtig das sind die UNO-Regeln die offiziellen die Idee ab UNO-Weltmeisterschaften alter aufsache nicht letzter wer hat die meisten Karten wie viele Karten kannst du mit zwei Fingern halten hunderte aber ich glaub nicht das ist ja jetzt was da auch kein Geld mehr jetzt verfluchst du Geld auf einmal ne da gäbe es voll scheiße oha das das waren einige Karten man nein nein doch doch ey du Lacker ich hasse dich ich hasse dich Skill bei UNO ja absoluter Skill der heftige heftige Navy Seal Skill den man bei UNO spielen braucht alter du musst halt auch mal drei Minuten ohne Luft auskommen können man während du mit hammerhaien kämpfst die hinter dir her sind oder du bei der Flucht aus Nordkorea ein bisschen am Bein vegetal nass und die riechen das Blut man die riechen das verdammte Blut wir machen rot was haltet ihr davon ja siehste guter Mann ja ich finde blau besser ja komm schon gelb 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 blö alter blö ja also ja wirklich solange ich einen Farbenblindenmodus anders weil dann weiß ich nicht was für eine Welt du dieses Spiel siehst ganz anders ja das ist heftig man come on wer hier wer hier hör auf Harry sind gelb gehabt hat Harry sind gelb gehabt ähm welche Farbe war das Yellow ne ja 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 hello also so rot na komm wieder mal nochmal hey sehr schön nein nicht so schön come on come on die saudi das war schmutzig ich finde es auch schmutzig schmutzig ich habe ja noch kiel scheiße man also spüren platz 2 ist halt auch lächerlich ja braucht halt auch keiner hab ich noch alles drin ich hab ich jetzt eine Alkoskartenschalt nee warte mal jetzt hab ich sie genommen das ist nicht gut oh what was ist hier passiert was zur Hölle bowling ladies an der Wand oh fuck gut 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 gut